Hallo, ich bin Michael Friemel von der ARD und von Dreisat. Wir drehen hier eine neue Folge von Da will ich hin. Und das hier, das ist, sag ich mal, der estnische Weg des Zaubermachens. Also ich habe schon einen schönen Beruf, Moderator, macht schon Spaß, aber der Beruf von Johann auch großartig. Also so schön es mit Johann hier oben auch war, ich freue mich jetzt wieder unten anzukommen. Wir gehen mal den Test machen, ob das bei mir auch funktioniert, ob es bei mir auch am Knöpfchen drehen wollen, sozusagen als Glücksbringer in den Straßen. Komm Johann! No one, no one asked me. Und? Yeah! Zwei Mal hält besser, two times besser, than one. Yes, you need luck, okay. Yes, take it. Ich glaube, ich werde den Beruf wechseln. Yeah! Es funktioniert, it works! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.